Motsi Mabuse sitzt schon seit vielen Jahren in der Jury von Let's Dance. In der Vergangenheit stand sie selbst als Profitänzerin auf dem Parkett. Doch weshalb hing sie ihre Karriere als Tänzerin an den Nagel? Die Zuschauer lieben Let's Dance. Bereits seit 17 Jahren reißt der Erfolg nicht ab, im Gegenteil. Die RTL-Tanzshow wird immer beliebter, was nicht zuletzt an der Jury des Formats liegt. Seit 2013 besteht sie aus Paradiesvogel Jorge Gonzalez, 56, Gute Laune Lady Motsi Mabuse, 42, sowie dem strengen Ex-Banker und Tanzsport-Profi Joachim Jambi, 59. Aus Produktionskreisen heißt es, dass die Jury laut Vertragsverlängerung bis mindestens 2027 in dieser Besetzung erhalten bleibt. Für sein Engagement soll das Trio jeweils einen Millionenbetrag erhalten. Ein gigantischer Unterschied zu den Profitänzern und Tänzerinnen, die nur zwischen 20.000 und 40.000 Euro pro Staffel kassieren sollen. Bevor Motsi ab 2011 in der Jury saß, war sie selbst zweimal als Profitänzerin dabei, schwebte mit Gildo Horn und Rolf Scheider übers Parkett. Dann wollte sie nicht mehr. Nach dem zweiten Mal bin ich hingegangen und habe gesagt, es war schön mit euch, ich höre auf. Der Grund dafür, ihre damaligen Tanzpartner, die sie nervlich an ihre Grenzen brachten. Hinzu kam die Belastung, parallel zuletzt Dance auch noch für Profi-Wettkämpfe trainieren zu müssen. Und jede Menge privater Stress. Mozi Mabuse. Darum hat sie ihre Karriere als Profitänzerin beendet. In ihrem Buch Finding My Own Rhythm – My Story erhob Mozi schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Timo Kulczak, 46, mit dem sie bis 2014 liiert war und der laut Mozi die Kontrolle über weite Teile ihres Lebens übernommen haben soll. Zum Glück ließ man die quirlige Mozi damals bei Let's Dance nicht gehen, bot ihr stattdessen den Job in der Jury an. Ein echter Glückstreffer und eine Entscheidung, die sie nie bereut hat. Und auch privat fand sie nach der Trennung vom Ex ihren Seelenfrieden, beendete im gleichen Jahr ihre Profi-Karriere und verliebte sich in ihren heutigen Ehemann, Yevgeny Wozniuk, 40. Mit ihm erfüllte sie sich den Traum von einer Familie. Die gemeinsame Tochter des Paares ist fünf Jahre alt, und einer eigenen Tanzschule. Nun wünschen sich die beiden ein zweites Baby. Überschattet wird Mozi Glück momentan durch den Ärger mit ihrem Ex. Der forderte nämlich, dass sie ihre Aussagen von einst widerruft und ihm Schadensersatz zahlt. Weil sie dieser Aufforderung nicht nachkam, wird die Angelegenheit seit geraumer Zeit vor dem Offenburger Landgericht ausgetragen.